willkommen zurück auf 99 damage ladies und gentlemen und ja es geht gleich weiter also nicht 19 uhr nicht 20 uhr sondern 18 45 soll es weitergehen und bis es soweit ist werden wir jetzt ich habe bei uns noch mal zu gast den tank junior schöne guten abend guten abend knochen so pass auf wir machen jetzt mal ein heikles game ich brauche dazu deine seinen support okay ich bin gespannt und ich erst auf geht's welches spiel denn so warte warte kommt gleich ok siehst du warte ist schwarz gerade wir werden jetzt eine herztransplantation durchführen dazu brauche ich deine hilfe also alles klar wie er space und maus ja aber ich steuere das nicht nicht gibt ja du musst mir helfen ich dachte schon angst ja erstmal die folie runter jetzt brauchen wir hier ein bisschen werkzeug was das medizinsimulator so ein bisschen ja ne ja ja pass auf wir müssen erstmal das radio hier aus die musik hast du eine schere hier ist doch gut ach halt fest ach du idiot mit der säge einmal durch oder das link sieht auch gut aus das grüne da ich hab's leider was ist das kannst du auch drehen nein 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 ey gleich hast du nichts mehr ja geil der hammer liegt da noch so für notfall einfach draufhauen jetzt packt er mal die säge auf geht's ja mit dem rumpf fingern bist jetzt die säge auch weg gibt's doch nicht so schwer denn hier jetzt weg mit dem becher nehmen wir es halt dem hammer hast du magneten oder was ja 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 jetzt habe ich den hammer und dann einfach ins gesicht hauen oh der erste knauern ist abgeschlagen sehr gut was eigentlich das ziel davon alles kaputt machen ich mach mal hier auf für dich da ist das neue herz drinnen medizin simulat oder sowas ja voll gut das war voll schwer ich hatte jetzt auch so eine stichsäge gehabt aber eigentlich hat man nie aber hier links hat so was zum milch ausschäumen hier für dich tank junior gleich siehst du im screen hier das war jetzt keine feine oder so ein nagelfeine ne warte kommt gleich gleich siehst du das herz um nimm mal das herz und schmeißt das rein ach doch ich hab reingeguckt hier scheiße warte hier kommen wir nochmal jeden finger steuern ja ne so aus hier hast du reingeguckt was das geld oder kannst du irgendwo runterladen das kannst du online sogar spielen online spielen kann gleich noch machen ne ich hab reingeguckt scheiße so komm warte hämmern wir jetzt nochmal auf oh das war nicht so gut glaube ich so jetzt hier komm nimm den scheiß heraus kannst du ja nur herz ops machen oder auch andere organe das ist auch die lunge ne die muss da raus oh jetzt hab ich vergessen hier festzuhalten ist hier noch irgendwo ein skypell rum rechts oder da sind nur zwei wollen wir mal rein stochern ich kann es nicht greifen was denn sind auch irgendwie größere werkzeuge alles weg ne ist mir alles vom tisch gefallen leider so jetzt weg mit den knochen sieht aber echt voll schwer aus oder so jetzt den bekannten ellschnitt und dann das neue herz rein oben rechts ne oder geht das noch nicht ich muss das mal hier drehen mal rumrühren so jetzt ordentlich zupacken ja sieht doch gut aus eben im hammer so einfach durchgemischt so jetzt weg mit diesen knochen da auch noch rein oder einfach rein damit noch das neue herz rein dann einmal umrühren und wieder zu nähen hier sieht es aber auch aus da drin ne ist ja nicht mehr feierlich geil gleich pizza bestellen Fabi da hat nicht mehr viel blut der kollega da liegt auch alles drin da ist drin nur das neue herz nicht ja wenn das jemand sehen würde ne komm jetzt nimm das ding da warum ist so ein spiel nicht EPS da brauchst du viel mehr skill oder so CS wischst du über den monitor wipsen oder so so headshots oh god wie das aussieht man jetzt nimm das kannst du den arm noch gar nicht so bewegen wie der es da macht ich muss es da noch ein bisschen abschneiden hier es schlägt noch das herz kannst du es schon nehmen das herz da oben oder musst du erst ach hier jetzt ach ich hat es ach das liegt ja noch drin oh god man einfach rausreißen ich glaube du könntest arzt werden wenn ich das so sehe schnell das doch da weg ah jetzt habe ich es schnell weg jetzt herz raus ah da hat kein blut mehr schluss ist die musik so weg mit dem herz vom tisch schmeißen weißt du was war ins gesicht geht das ja gerne surgery complete looks fine to me i'm sure he will live you will live final blood level jawoll rating a plus plus na also ja nicht schlecht ja da kann man doch mal dusch amputieren hier kettenknochen ja der arzt die frauen vertrauen und so kannst du noch machen irgendwie hier bein amputieren oder so leider nicht aber du siehst herz transplantation hat geklappt in aller letzter sekunde aber aber ich habe es geschafft freunde ja so sieht es aus dr knochen ab jetzt so freunde ja nix tot ja ich gebe meinen platz wieder an fabi ja bitte gerne knochen bis später vielleicht sonst bis irgendwann ja genau so tschüss ja also es läuft doch das läuft doch freunde also das wollte ich euch mal zeigen guten tag ja eigentlich wollte ich die op mit dir machen aber tank junior ist dann doch der der ruhepol der mich da hast du gesehen am ende der blutlevel war ganz fast wäre er drauf gegangen mein kollege aber schick mir mal bitte den link rating a plus plus ja nach dem nach dem ems one finals zehn minuten geht es weiter übrigens echt ja 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 es geht jetzt hier schlag auf schlag ohne große pausen watz watz so freunde also das hätten wir auch erledigt eine gute tat am tag haben wir damit hinter uns gebracht wir machen nochmal einen ganz kurzen break und in zehn minuten soll es weitergehen ladies und gentlemen mit dem nächsten spiel mit dem letzten spiel heute mit dem letzten viertelfinale nip gegen kick also bleibt auf eurem posten freunde mit dem letzten viertel Vielen Dank.